So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss ehrlich gestehen, es ist schon wieder lange her, als mein letztes Video rauskam. Und zwar das der komische Gamescom-Blog, der rausgekommen ist. Also es tut mir unfassbar leid, dass ich so selten Videos mache. Also wirklich, sorry nochmal an alle. Auch keine Livestreams mehr in der Zeit. Also es tut mir alles super viel leid, aber ich muss euch auf jeden Fall was mitteilen, was jetzt alles so ansteht, worauf ich Bock habe und was jetzt wieder so Phase ist. Ja, zum einen ist was ganz Wichtiges passiert. Ich bin aus Mediacraft rausgegangen, beziehungsweise mein Vertrag ist zu Ende. Das heißt, ich habe keinen Vermarkter mehr hinter mir, sondern bin jetzt quasi komplett alleine auf mich gestellt und verdiene aber auch kein Geld mehr. Also man muss eines sagen, Mediacraft war ja ziemlich in der Kritik durch Ungespiel, und wir wissen es alle, Freiheit, Hashtag Freiheit, war ein ganz schön großes Problem für das Netzwerk. Es gab einen riesigen Umschwung danach, was vielleicht auch ganz gut war. Aber für kleine YouTuber war das ziemlich blöd, denn es ist ein Meilensteinsystem quasi aufgelegt worden. Und das ist bei Erreichen einer gewissen Abonnentenanzahl wird man quasi belohnt. Das ist für mich jedenfalls nicht ein Netzwerk. Ein Netzwerk muss mich doch dazu bringen, diese bestimmte Abonnentenanzahl zu bekommen. Und deswegen bin ich raus. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich habe wirklich nur noch gewartet, bis dieser Vertrag zu Ende geht. Und das ist natürlich dann die Quittung. Ich verdiene jetzt auch kein Geld mehr damit. Ich bin natürlich auf der Suche nach einem passenden neuen Netzwerk. Es geht ja auch nicht nur um das Geld, sondern die müssen mir wirklich irgendwie einen Mehrwert bieten. Sie müssen mich irgendwie nach vorne treiben. Die müssen mich motivieren. Bei Urheberrechtsverletzungen und so weiter müssen die da sein. Also das ist ein Netzwerk. So was müssen die bringen und vielleicht auch neue YouTuber kennenlernen und so weiter. Und Presse Gamescom-Karte. Das muss ein Netzwerk für mich auch machen. Alles das ist leider nicht bei Mediacraft erfüllt worden. Finde ich schade. Wer sonst vielleicht noch dazu sagen kann, an für sich war es okay für einen kleinen YouTuber. Man hatte hier eine Musikauswahl. Man hatte Zugang zu Audio Network. Das ist ein großer Musikdienstleister. Richtig bekannt auch. Haben ganz viele Fernsehsender auf Zugriff drauf. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Ich wollte euch einfach informieren. Ich bin da raus. Bin auf der Suche nach einem neuen Netzwerk. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht auch mal erstmal eine Zeit lang ohne Netzwerk. Aber so viel dazu. Anderer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass ich auch wieder Bock habe, wirklich Videos aktiv zu machen. Das ist jetzt so eine Grundsatzentscheidung. Ich werde mir einen Zettel an meinen Bildschirm kleben, dass ich jeden Tag mindestens ein Video machen werde. Und das ist mir scheißegal. Ich muss das jetzt durchziehen. Weil ich immer so Phasen habe, wo ich mal viele Videos mache. Und dann kommt wieder so eine Phase. Boom. Ein Monat kein Video. Und das ist... Das funktioniert nicht. So kann mein Kanal auch irgendwie nicht wachsen. So kriege ich keine Zuschauer mehr. Und so gehen auch viele weg. Und das ist irgendwie auch für mich persönlich ziemlich kacke. Weil da natürlich viel Arbeit auch drin steckt in diesen Videos. Seit 2011 mache ich Videos quasi. Und immer mit so ganz langen Abwesenheitszeiten. Und das ist natürlich... Ey, ohne Witz. Ich glaube, ich bin der YouTuber, der am meisten Abwesenheitszeiten hat. Das ist... Krass auf jeden Fall. Ja, Leute. So viel dazu. Also es wird auf jeden Fall wieder Livestreams geben. Da muss ich aber gucken. Livestreams eher seltener. Auf jeden Fall. Vielleicht schaffe ich es ein, zweimal die Woche zu streamen. Ja, auch nicht. Videos auf jeden Fall täglich. Das ist so mein Ziel. Wie es jetzt so aussieht. Welcher Content kommen wird. Ey, Leute. Das kann ich euch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht sagen. Also gar keine Ahnung, ob es jetzt Gaming wird oder ob es irgendwas anderes wird. Also ich habe Bock, mehr von der Gaming-Richtung wegzugehen. Auch mal vielleicht mich auf die Katsch zu setzen. Eine Kamera einfach aufzustellen. Und über irgendwas zu labern. Ja, weil das irgendwie... Das ist ja auch meine Passion mittlerweile geworden. Auch in den Gaming-Videos. Ich labere da teilweise die letzte Scheiße. Und jetzt kriege ich eine Nachricht gerade rein. Okay, alles klar. Ja, okay. Also ich werde euch auf jeden Fall über alles Mögliche wahrscheinlich erzählen. Und ich hatte ja auch mal gesagt, dass ich vielleicht auch mal den einen oder anderen motivieren möchte, das ein oder andere über Finanzen zu erfahren. Weil ich mich momentan ja ziemlich viel damit beschäftige. Weil ich ja auch viele junge Zuschauer habe, da euch wirklich Mehrwert zu bieten. Muss ich mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Also Leute, seid ja mal gespannt. Man, das wird auf jeden Fall mal was Interessantes kommen. Nicht so dieser ganze Mainstream-Zeug. Nicht so dieses ganze Mainstream-Gezeugse. Cranks und so weiter. Eher nicht so. Muss ich gucken, ne. Also Leute, es gibt es auch teilweise witzig. Aber, ja. Also da habe ich mich noch nicht so ganz festgelegt. Also aber es soll tendenziell eher aus dieser Gaming-Richtung weggehen. Dass wir irgendwo anders dann mal stehen. Keine Ahnung wo. Aber, ja. So viel auf jeden Fall von mir. Das soll es eigentlich so gewesen sein. Ich überlege gerade schon wieder, was gibt es noch. Eigentlich nichts. Also das. Ich versuche jetzt ab heute wirklich wieder dabei zu sein, Leute. Ich hoffe, ihr feiert es. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und motiviert mich. Motiviert mich wirklich Tag für Tag am besten, Videos zu machen. Dann bin ich auch dabei. Es geht nämlich bald auch wieder ein richtig krasses Event übrigens los. Da will ich auch nochmal kurz auf hinweisen. Legends of Twitch startet ja eine neue Runde. Ich bin dabei als Livestreamer. Es wird krass. Da werden mehrere tausend Leute zugucken. Und ich bin dabei. Freut mich natürlich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei wie früher. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.